hallo hier ist der martin von meiner markier saß die dax-analyse für nun dienstag den 30 5.2023 unser dax hat zum montag gehandelt und wird hier einfach ein samstag an reingeschmissen da auf die gleiche show jetzt zum dienstag noch mal abspielen durch den feiertag wird ich das tatsächlich ein bisschen ein klammern auch wenn ja die xeter börse geöffnet hat der mark gehandelt hat wir sehen dass der umsatz war wirklich sehr sehr gering also insbesondere zum nachmittag da war gar nichts mehr los das sind die zwei stunden kerzen hier kaum erkennbar wir haben gesehen leichtes aufwärts gelb positiverein gekommen hatte auch das geld zum dienstag geschlossen ist dann deutlicher ins geld zurückgefallen das ist eigentlich was das ich auf montag nicht gerne sehe da das oft eine bärische woche einleiten kann deswegen würde ich jetzt hier auch eine kleine zusatzbedingungen mit einbauen wollen für long und zwar möchte ich ihn ganz klar über 16 20 sehen am dienstag um hier eben aufwärts chancen zu suchen um aufwärts chancen wahrzunehmen und ihm auch zuzusprechen sollte er nämlich jetzt zum dienstag das eben nicht machen würden wir ja auch unterhalb des freitags niveaus notieren und daher natürlich schon risikoseitig unten und da was mit sich zu bringen halt na also so in die woche rein startet wir erinnern uns an die vorwoche das war der montag wartet wo findet man die kerze das ist die erste kerze von der vorwoche gewesen erinnert euch da ging es montag dienstag mittwoch erst mal komplett runter und dann donnerstag und freitag zurück wenn er jetzt wieder nur so schwach rein startet wie hier auch den montag und der dienstag jetzt eben auch nur nach unten strahlt würde ich einfach risiko unten bisschen mit einplanen im worst case könnte das nämlich auch dass er dann quasi hier wie so zwei kästchen nach unten schraubt das ist nicht das was ich favorisieren würde aber es ist das was wir aus charttechnischer sicht dadurch dass der montag einfach jetzt nach unten weggerutscht ist eben mit einkalkulieren müssen wir müssen darauf vorbereitet sein für den fall der der markt spielt es an sollten wir wissen wie weit wohin in kann das entgehen und uns dann danach richten also dass das wäre worst case scenario eigentlich für jetzt dienstag mittwoch dadurch dass der montag feiertags bedingt oder auch nicht eben so gehandelt ist ich würde wie gesagt das noch nicht überbewerten wollen weil es eben feiertags bedingt war und jetzt wirklich von dem dienstag abhängig machen wie gehen wir mit dem montag um weil der freitag war super schön der donnerstag war gut schöne drehung geworden wir haben uns wieder sehr hoch herausgestellt und der markt hätte es nach wie vor leicht oberhalb von 16 20 einfach wieder richtung 16 200 und auch höher zurückzudrücken ja also das das ist unverändert und von daher würde ich hier auch was überhaupt von 16 20 im montag einfach ausklammern sagen okay wenn der jetzt wieder stärke zeigt wenn er weiter schiebt dann dann macht er sein ding einfach ne dann läuft er wieder in die die 16 75 rein und dann eben auch hier diese bereiche um 16 200 16 2 40 hat man uns ja im tages start angeguckt da die bereiche die dann da relevant werden aber ich will ihn wirklich über 16 20 nehmen einfach um dieses risiko auszuklammern dass das hier noch mal so eine zweikästchen nummer wird und der markt jetzt hier tatsächlich durchdrückt heißt im klartext aber auch schiebt sich der dax zum dienstag unter 15 39 lang sehr genau hin was das wird wenn er sich hier auf der 900 880 bloß ein standbein noch holt und er konnte schnell an macht ihr frühes vormittagstief rein 988 kontert an wäre das für mich noch okay aber ich glaube man könnte sogar trotzdem fast unter 930 vielleicht sogar eine erste short position wäre wäre letztendlich sogar legitim das wäre sogar legitim einfach weil wir vom montag her dazu tief handelt und dann würde ich mir wie gesagt sehr genau angucken wie behandelt er im bereich 900 880 kriegt er dort eine schnelle drehung nach oben rein dann würde ich auch short erst mal verwerfen zurückstellen ja und gegebenenfalls sogar long probieren von hier unten schon 880 900 wenn aber der bereich auch nicht hält und der auch drunter fällt also dann steht er wieder meist schnell bei 750 und wenn er das zum dienstag macht und hier am nachmittag tief auch wieder neue tiefs bringt sowie in der vorwoche halt dann dann wäre das worst case auch wenn es jetzt gar nicht so ein worst case wäre aber das wäre das risiko auf der unterseite laufen wir oberhalb von 16 20 nach oben raus sofort klammern drumherum ausklammern stärke suchen chancen nutzen ja würde ich sofort machen sofort ohne das ist es eigentlich das ist das was uns für den dienstag jetzt erwartet punkt kann ganz mehr ergänzen würde das deswegen einfach mal so stehen lassen und ich vielleicht 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 so machen haben sag mal hier normalerweise klicke ich immer auf video beenden und dann fällt mir mal ein dass hier noch irgendwelche pfeile zu setzen habe sonst nicht wieder böse schimpfe was auch mal wenn ich das beschreiben ist das im kopf immer so schön klar vor augen aber nicht für alle immer so greifbar ja so in die richtung könnte ich mir aber vorstellen dass man sagt okay hier das wären aufwärtschancen und wenn er aber unten durch spult und auch hier und daraus bricht kann der durchaus sich noch mal daran orientieren was er hier in der vorwoche gemacht hat letztendlich versuche die gleiche noch mal abzubilden kann ich mir nicht vorstellen dass es so wird aber wir sollten es im hinterkopf behalten ja lieber darauf vorbereitet sein dass man im zweifel auch umspringen kann erkennt auch wohin es gehen kann wo liegt das risiko welcher der bewegung die wir momentan haben und das ist montag wir haben es extra gestern auch gesagt blöd wäre aufwärtsgap und abverkaufen und noch tiefer gehen als als geldklos das haben wir gestern gesagt und das haben wir gesehen jetzt kann man sagen okay es war feiertag wir klammern das bisschen aus aber komplett ignorieren dürfen wir es nicht dürfen es nicht komplett ignorieren das ist genau das was wir nicht haben wollten für den montag und und da sollte man schon ein bisschen aufpassen auf der unterseite insbesondere unter 9 30 über 16 20 wäre es mir egal ja ich mache aus wünsche euch gutes gelingen viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss